Hallo, die Flächensätze an rechtwinkligen Dreiecken, die haben wir jetzt kennengelernt, den Höhensatz und den Pythagoras zum Beispiel. Jetzt gucken wir uns das Ganze in Aufgaben an, also in Beispielaufgabe zum Thema Pythagoras. Hauptsächlich verwendet man natürlich darin Pythagoras selber a² plus b² gleich c². Die beiden anderen Sätze sind eher seltener, solltet ihr natürlich wissen, weil sie immer wieder vorkommen können, aber sie sind nicht so häufig wie der Pythagoras. Wir haben hier eine Aufgabe, dass ein Dreieck rechtwinklig ist, das nennt sich ABC, mit den Katheten A, B gleich 5 cm und A, C gleich 8 cm und so weiter. Ich bitte euch jetzt erst einmal diese Aufgabe gleich mal abzuschreiben und euch während des Abschreibens zu überlegen, wie man sowas angehen könnte. Dann geht es erst weiter. Jetzt Pause drücken, es geht weiter in 3, 2, 1, 0. Ich habe mir jetzt überlegt gehabt, dass wir uns da hier vielleicht eine kleine Skizze machen. Denn was ich weiß ist, dass die Strecke AB 5 cm ist und die Strecke AC 8 cm. Und ich weiß, dass es sich hier wohl beides um Katheten handelt. Ja und wenn beides Katheten sind und beides mal das A vorkommt, ist mir eigentlich auch ziemlich klar, dass das A hier oben den 90 Grad Winkel haben muss. Denn B und C, wenn das die Hypognose sein soll, dann kann B und C hier oben nur einmal vorkommen. Deswegen muss A die Kathete sein, so kann man sich das auch ein bisschen merken. Rechter Winkel, die eine Seite 5, die andere Seite 8 cm kann natürlich auch spiegelverkehrt ausschauen. In der Aufgabe steht es natürlich nicht drin, dass man das zeichnen muss, aber um es sich zu veranschaulichen, wäre es einfach geschickt. Nun entstehen neue Dreiecke ABNCN. Das heißt, da können wir daran schon ablesen, das sind abhängige Dreiecke, also von einem X abhängig. Und zwar wird die kürzere Kathete um X cm verlängert und gleichzeitig die längere Kathete um X cm verkürzt. Das kann ich jetzt natürlich schwerlich darstellen, weil es da ja unendlich viele gibt. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen gehabt, also erstmal habe ich das Dreieck fertig gezeichnet. Ich habe mir das einfach mal vorgenommen, ich habe jetzt gesagt, ich verlängere jetzt die eine Seite um 1 cm, also mein X ist in dem Fall 1 und verkürze die andere auch um 1. Dann entsteht nämlich so ein Dreieck, nur um sich das Ganze einmal vorzustellen. Das heißt, hier diese Seite AB wird immer länger, immer länger, während die Seite AC immer kürzer, immer kürzer wird. Es wird zwar nicht danach gefragt, aber klar ist auch, dass mein X nicht größer sein darf als 8, weil sonst nämlich hier das C über das A hinausrutscht und damit die Benennung nicht mehr stimmen täte. Die erste Frage, die sich hier stellt oder in der Aufgabe dabei ist, heißt, die Länge der Hypotenuse des Dreiecks ABC soll berechnet werden. Das sollte eigentlich eine relativ einfache Geschichte sein, denn ich habe ja die beiden Katheten, rechtwinkliges Dreieck, Hypotenuse, ja das ist der Pythagoras-Satz, wenn ich die beiden Kathetenquadrate addiere und daraus die Wurzel ziehe, komme ich drauf. Also die Seite BC, die hier, B1C1 ist im Übrigen diese Seite, wo es dann verlängert und verkürzt worden ist, also spielt jetzt momentan noch keine Rolle. Die Seite BC in meinem anfänglichen Dreieck, die ist eben das eine Kathetenquadrat plus das andere Kathetenquadrat, also AB² plus AC² und daraus die Wurzel. Normalerweise lasst man die Wurzel weg und schreibt hier noch ein Quadrat, da habe ich jetzt aber in einem Schritt gemacht, also quasi bereits auf beiden Seiten die Wurzel gezogen. Danach muss ich eigentlich nur noch die 5 cm und die 8 cm einsetzen, hätte ich natürlich auch von Anfang an machen können. 5 Quadrat plus 8 Quadrat Zentimeter gibt dann gerundet 9,43 cm. Da noch als Tipp, wenn er das Ganze in den Taschenrechner eingibt, gibt das Ganze direkt ein. Also fang gleich mit der Wurzel an und dann 5 Quadrat, so, jetzt haben wir es gerade falsch gemacht, nochmal zurück, 5 Quadrat plus 8 Quadrat und so komme ich aus der Wurzel raus und dann kann ich das Ganze einentern. Also nicht erst 5 Quadrat plus 8 Quadrat und dann vom Ergebnis, sondern gibt das Ganze gleich als Term ein. Und so kommen wir auf eine 9,43 cm. Die Einheiten müssen wir natürlich, weil es in einer Linie geschrieben ist, immer dazuschreiben. Hier sind es schon Zentimeter, weil ich Zahlen einsetze. Hier noch nicht, weil es hier noch Größen sind ohne Einheit vorerst. Ja, die zweite Aufgabe B. Bestimme die Länge aller Hypotenusen in Abhängigkeit von X. Da haben wir es jetzt. Also jetzt, das war ja natürlich der Fall von unserem Standarddreieck ABC. Und jetzt heißt es, ich soll es für alle diese Dreiecke A, B, N, C, N berechnen. Der Witz dabei ist, und deswegen habe ich das hier oben auch so geschrieben, es ändert sich an der Aufgabe jetzt erst einmal nichts. B, N, C, N, also diese Strecke hier unten, ist ja auch erst einmal A, B, N plus A, C, N. Und jeweils davon das Quadrat. Also eigentlich hat sich nichts geändert. Wir müssen jetzt nur überlegen, was passiert denn überhaupt mit A, B, N? Also die Strecke A, B ist ja nicht mehr 5 cm lang, sondern die hat jetzt ja eine andere Länge. Und die müssen wir jetzt irgendwie allgemein angeben. In der Aufgabe steht drin, die kürzere Kathete wird um X verlängert. Und verlängert heißt Plus. Das heißt, zu den 5 cm kommt dann X dazu. Also ist die Strecke A, B, N, 5 plus X Zentimeter. Das leuchtet jetzt natürlich ein, die Strecke A, C, N, die wird verkürzt, heißt Minus 8 minus X Zentimeter. Und ist jetzt zwar ein anderer Term statt diese 5 und diese 8, aber die können wir doch genauso hier oben einsetzen. Wir wissen ja, wenn es funktional abhängig sein soll, dann muss auch irgendwas in Abhängigkeit von einem X rauskommen. Jetzt wird es ein Riesenaufwand, denn jetzt muss ich das alles hier oben einsetzen. Also A, B, N hier mit 5 plus X und A, C, N hier mit 8 minus X. Aufpassen, dass man das wirklich gleich klammert. Man sieht es nämlich hier, wenn man sich die Klammer vergesse, dann wird es ein komplett anderes Ergebnis. 5 plus X in Klammern zum Quadrat plus 8 minus X in Klammern zum Quadrat. Und jetzt Vorsicht! Das hier gibt nicht 25 plus X Quadrat. Das muss, die Signallampen müssen hier angehen. Das ist eine binomische Formel. Wenn natürlich ein Term in Klammern zum Quadrat steht, dann muss ich das als binomische Formel rechnen. Und was ich natürlich auch nicht machen darf, dass ich direkt die Wurzel ziehe. Hier steht eine Summe drunter, ein Plus ist zwischen den beiden Termen. Also darf ich nicht direkt die Wurzel ziehen. Das hier vorne gibt 25 plus 10X plus X Quadrat. Also 2 mal A mal B ist dieser gemischte Term. Der Rest leuchtet ein. Plus 64 minus 16X. Hier müssen wir aufpassen. Hier haben wir natürlich ein Minus, weil es die zweite binomische Formel ist. Hinten wird wieder ein Plus dran. Da ich eine Länge berechne, setze ich da dann hinten wieder Zentimeter. Diesen Term könnte man theoretisch stehen lassen, ist aber etwas unschön. Normalerweise wird hier noch zusammengefasst. Also die 25 mit der 64, die 10X mit der Minus 16X. Aufpassen, dass man da das Minus nicht vergisst. Und die X Quadrat mit der X Quadrat. Und dann sortiere ich das für gewöhnlich so weit, dass ich die höchste Potenz nach vorne schreibe. Also 2X Quadrat minus 6X plus 89. Und daraus die Wurzel Zentimeter. Das ist tatsächlich jetzt die abhängige Streckenlänge oder Hypotenusenlänge BNCN. Nicht irritieren lassen, dass da eine Wurzel vorkommt. Das muss, wenn wir irgendwelche Längen über Pythagoras berechnen, zwangsläufig immer der Fall sein. Weil ich immer eine Wurzel ziehen muss, wenn ich einen Pythagoras verwende, wenn ich es nach der Strecke auflöse. Und wichtig ist natürlich auch, ich darf ja kein Quadrat stehen lassen. Ich suche ja nicht das Quadrat aus dieser Streckenlänge, sondern ich suche die Streckenlänge an sich. Es kommt noch eine Aufgabe C dazu. Allerdings kriege ich die nicht mehr auf diese Folie. Deswegen jetzt bitte erstmal diese Zeichnung bzw. diese Aufgaben vervollständigen abschreiben und dann auf Pause drücken. Jetzt auf Pause. Es geht weiter in 3, 2, 1, 0. Also hier habe ich das Ganze einfach nochmal auf eine neue Folie. Jetzt steht die Aufgabe hier drüber. Für welche Belegung von X wird die Hypotenusenlänge B, 0, C, 0? Ich habe ein Wort vergessen. Minimal. Minimal, maximal. Ich hoffe, da kommt manchen das Signalwort. Minimum, Maximum. Das hat was mit der Extrembestimmung zu tun, also mit der quadratischen Ergänzung. Ich versuche quasi herauszufinden, wann der Term minimal wird. Hier haben wir eine Wurzel dabei. Deswegen ist das recht schwer. Ich erkläre es jetzt euch im Kurzen. Das müsst ihr jetzt einfach dann auch so lernen. Und zwar diesen Term hier unten. Wenn keine Wurzel dran stehen, Tete, dann könnte ich den ganz leicht mit dem Minimum berechnen. Zwei ausklammern und so weiter. Und das ändert sich tatsächlich nicht, wenn ich die Wurzel dran habe. Denn je kleiner mein X wird, desto kleiner wird natürlich auch die Wurzel. Und je größer mein X wird, desto größer wird auch die Wurzel. Deswegen ist es bei der Minimum- oder Maximumberechnung völlig egal, ob ich die Wurzel dabei habe oder nicht. Später beim Ergebnis, da muss ich dann nochmal aufpassen. Das heißt, ich darf jetzt, um diese Belegung von X für den Minimum zu berechnen, die Wurzel weglassen. Ich muss einfach nur schauen, wann wird das Ganze minimal. Das ist eine quadratische Ergänzung. Im ersten Schritt wird die 2 ausgeklammert. Zwei ausklammern heißt so viel wie geteilt. Dann wird das in der Mitte so möglichst ergänzt, dass eine binomische Formel entsteht. Also als 2 mal A mal B geschrieben. Und das ist eben 2 mal 1,5. Gibt gerade die 3. Heißt, plus 1,5 Quadrat ergänzen, minus 1,5 Quadrat wieder abziehen, damit es auch nicht verfälscht wird. Der vordere Teil ergibt eine binomische Formel, nämlich X minus 1,5 in Klammern zum Quadrat. Und das hier hinten ist 1,5 zum Quadrat. Nochmal zur Wiederholung aufpassen. Dieses minus 1,5 steht nicht in Klammern. Deswegen bleibt es hier ein Minus. Das Minus steht vor der Potenz. Und deswegen bleibt es auch beim Ergebnis dran stehen. Diese minus 2,25 würde ich jetzt noch aus der Klammer rausjagen, indem ich es mit 2 multipliziere. Dann das da hinten noch zusammenfassen. Und jetzt habe ich diesen Term bestimmt. Ich erkenne eindeutig, dass es ein minimaler Wert ist, also ein Minimum. Und mein X-Wert dafür ist 1,5. Jetzt heißt es in der Aufgabe, man soll diese Länge berechnen. Jetzt würde wahrscheinlich der ein oder andere draufkommen, 84,5 als Länge anzugeben. Das ist aber leider falsch, weil was ich gemacht habe, ist ja hier die Wurzel weglassen bei der quadratischen Ergänzung. Wenn ich jetzt allerdings die tatsächliche Länge der Strecke berechnen will, dann muss ich die Wurzel wieder nehmen. Also zum Beispiel hier, Second F, die Wurzel aus 84,5. Gibt 9,19. Das ist jetzt die minimale Länge, die ich hier habe. Und die nennt man B0, C0. So hat man die einfach hier oben in der Angabe genannt. Was ich hätte auch machen können, ist diese 1,5 hier oben einsetzen. Ich weiß ja, der X-Wert muss 1,5 sein, als Minimalwert, und setze das einfach hier oben ein. Dann erhalte ich nämlich, wenn ich direkt die Wurzel ziehe, genau dieses Ergebnis. Aber es kommt aufs Gleiche raus, wenn ich diese 84,5, die Wurzel nehme. Ja, so funktioniert eine quadratische Ergänzung und so funktioniert allgemein der Pythagoras, wenn es funktional abhängig wird. Heißt, es ändert sich nur dahingehend, dass ich eben mir genau anschauen muss, wie schaut der Term meiner Strecke aus und ich setze Terme in den Pythagoras ein und eben nicht mehr nur einzelne Werte.